Waren wir hier nicht schon mal? Aha. Okay. Was ist passiert? Wieso drehen wir uns? Weil ihr einen Bordstein genommen habt. Und dann sind wir kurz durch die Luft gewirbelt, gegen das Haus geflogen, abgeprallt und jetzt stehen wir neben dem kaputten Ding. Ja. Unser Auto habt ihr auch kaputt gemacht. I'm sorry, I'm sorry. Hat sich wenigstens gelohnt. Da kommt ein Uhrarzt. Ja, ein Auto. War leider ein CV. Dankeschön. Ja, und? Bleibt genau hier zu. Was? Ich hab dich gerächt. Ich hab dich gerächt. Ja, du bist doch schon angehalten. Oh mein Gott. Mama, für Sie. Ja. Ähm. Es muss so. Denk mal reparieren soll ich dich nicht, ne? Ha! Ist schon wieder passiert. Ich drück wieder auf Speichern. Nein, dann möchtest du bei uns mitfahren. Sehr gerne. Wenn wir so weit da waren, ist vielleicht meine Festplatte voll. Ach, leider. Oh, 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 nein, 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 nein. Da hast du ihn. Vielleicht in fünf Minuten. Komm Ole. Kann schon wieder auf einem mitkawk für Loser-Monster. Dann kannst du etwas Perspektive anf сделать? Ich kate in den Beste halt andeine Musik zu eten. Ah, ich kate in Withas heraus. Na Nacht. caterp Innovation comunidad. Ah! reais, ich kate! Mehr bis ohne động自由